Herzlich willkommen bei der Coffee Cup Einheit Bilder in Arbeitsmaterialien integrieren. Heute nehmen wir folgende Punkte durch. Bilder in Word einfügen, Bildbearbeitung mit Word, Bilder in PowerPoint einfügen und Bildbearbeitung mit PowerPoint. Ein Bild soll in ein Textdokument integriert werden. Hierfür öffnen wir das Programm Word und gehen unter Menü auf den Button Grafik. Wir wählen das gewünschte Bild aus dem Ordner aus und klicken abschließend auf Einfügen. Um das Bild innerhalb des Dokuments positionieren zu können, müssen wir den Zeilenumbruch im Menü unter Bildtools auf Passend setzen. Nun kann das Bild problemlos verschoben werden. Da wir das Bild noch ein wenig zuschneiden wollen, bleiben wir im Menü im Reiter Bildtools und wählen den Button Zuschneiden aus. Die weißen Eckpunkte des Bildes verwandeln sich nun in offene schwarze Dreieck. Durch Verschieben dieser kann eine Bildauswahl getroffen werden. Abschließend bestätigen wir den Ausschnitt durch erneutes Klicken auf den Button Zuschneiden. Um das Bild zu verkleinern, wählt man ein Eck des Bildes aus und verschiebt den Eckpunkt bei gedrückter Maus und Shift-Taste diagonal nach innen. Die Shift-Taste ist notwendig, damit das Bild proportional verkleinert wird und nicht verzerrt. Eine Möglichkeit, die Bildquelle anzugeben, ist es, diese als normalen Text unter das Bild zu setzen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Bildbeschriftung einzufügen. Hierfür klickt man in das Bild hinein, betätigt die rechte Maustaste und wählt Beschriftung einfügen aus. Unter Neue Beschriftung kann die Quellenangabe eingefügt werden. Stetigt wird abschließend zweimal mit OK. Um Bildbearbeitungen innerhalb von Word vorzunehmen, gibt man sich wieder in den Leiter Bildtools, welcher sichtbar wird, sobald das Bild ausgewählt ist. Unter Korrekturen können nun sowohl Helligkeit und Kontrast wie auch die Schärfe des Bildes noch angepasst werden. Öffnen Sie nun PowerPoint oder ein vergleichbares OpenOffice-Programm. Im Menü unter Einfügen, Grafik oder durch Klicken in das Bildfeld der Folie kann ein Bild eingefügt werden. Nun kann das Bild noch ausgerichtet werden, entweder durch die Voranstellungen oder durch Betätigen der Pfeiltasten. Im Menüreiter Bildtools können nun Bildkorrekturen vorgenommen werden. So lässt sich unter Korrekturen das Bild nachträglich schärfen und weich zeichnen und auch Helligkeit und Kontrast können neu gemischt werden. Farbton und Farbsättigung lassen sich unter dem Button Farbe verändern. So, nun wissen Sie, wie man Bilder in Word einfügt, Bilder in Word bearbeitet, Bilder in PowerPoint einfügt und Bilder in PowerPoint bearbeitet. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup-Learning. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihnen.